Halt mich hinter dir, hinter dir. Na komm sie, Junge, sie stürmen, sie stürmen. Junge. Das geht ja wunderbar, das geht ja wunderbar los. Na, ich geh jetzt drauf wahrscheinlich. Junge, da kommt doch einer, da kommt noch einer angerannt. Junge, mach doch mal das Ding zu machen. Ich hab keine Faust mehr, Junge, spielt auch. Junge, was ist das denn? Na, Junge, das war du, der zum Geier auf warst, wo du so scheiß Kohle haben wolltest. Wo ist dein scheiß Haus jetzt? Ich brauch meine Sachen. Na, Junge, ich seh dich doch schon. Junge, hier ist noch ein Zombie. Junge, mach den kaputt jetzt. Du Geierst alles oben rum, Alter. Ey, Junge, ich hab alles zugemacht. Es kommt auf jeden Fall keiner mehr rein, aber ich will jetzt nicht deinen ganzen Loot hier. Ja, Junge, sag mal du den einen Tun, den den Ding zu lassen. Eh, nicht, Junge, sie tun es zu herkommen. Junge, haben wir den Resident Evil Modus irgendwie ausgewählt oder so? Was sind denn das für Babyzombe? Seit wann gibt's die denn? Boah, Junge! Das ist ein Scheiß, Alter! Junge, Junge, Junge! Das ist doch...